... Was ist das, Frau Köppel? Was ist das, dass du keine Lust hast? Mittlerweile macht es doch richtig Spaß, ne? Ich hab den sauberen Mercedes-Benz gemacht, den würde ich gern fahren. Du hast die Motto, komm, wir tun mal, es wär zu stärker als ich. Du darfst jetzt mal auf mir drauf. Ich bin jetzt mal so. Ja, bist du, was war der? Ich bin jetzt hier oben. Ende liegt am Rundschuh, gehst mal oben drauf. Du darfst auch mal oben sein. Du darfst auch mal gewinnen. Weil ich dich so mag. Du darfst ja mal heftig. Ich bin jetzt das Faultrum auf. Ich stand aber jetzt mittig drauf. Jetzt ist es cool. Ich gewinne, ich gewinne, ja. Oh nein. Ja, ich gewinne. Wirkinen und Wirkinen. Das ist ja geil. Mit Beine. Nimm dir das weiter ab. Oh mein Gott. Das war noch mal möglich, ja. Wenn es deine Siegeschehen ist, dann noch mal reise. Vielen Dank.